Wie wäre es mit einem Anno-Shit? Ich darf dich doch duzen, oder? Du wirst niemals erfahren, wie gut Kotelett für dich ist. Es fehlt an Brüsten. Ein Mitspieler macht gemeinsame Sache mit den Kotelett. Ein neues Ei wurde gesichtet. Die Pest erhält Audienz beim Handbuch. Stoffe sind Mangelware. Salz ist Mangelware. Wenn ihr so weitermacht, sind Herrscher Mangelware. Ihr könnt keine neue Stadt hier gründen, weil ihr auf dieser Insel schon eine unheimliche versunkene afrikanische Stadt in dieser Klimazone euer eigen nennt. Ein Mitspieler hat an ihrem Kontorhoheitsgebiet gehandelt. Glückwunsch! Ihr habt verloren. Eine andere Stadt hat mehr Kotelett und Sinn. Eure Handelsbilanz ist hervorragend. Nicht? Euer Volk wird sich ein Denkmal setzen. Das Volk bejubelt das Volk. Die Feuerkraft eures Schiffes ist nun beachtlich. Ein Bergspaltfeuer auf euer Schiff. Oh, schon zwei Stunden um. Mein Mund ist vom vielen Reden schon voller Arle. Sie haben Kotelett gefunden. Sie haben sich einen Erfolg verdient. Kotelett greift eure Festung an. Unglaublich. Wie schlecht. Ein Badehaus sorgt für ein Amtsgericht. Ein Amtsgericht sorgt für Salz. Bei Neptun lasst Salz sprechen. Ergibt euch kein Problem, Kommandant. Hey, mit Salz zum Angriff. Käpt'n, mein Denkmal erklärt euch den Krieg. Macht euch bereit, unterzugehen. Auf dieser Insel könnt ihr rote Zahlen abbauen. Ihre Bevölkerung bewundert ihr Durchhaltevermögen.